2 von 100, 2, 4, 4 Ja, da bleibt wir vorne, setzt sich vor Hagenlöw, ähnlich knapp wie schon im ersten Durchgang. Jetzt haben wir auch wieder keinen großen Abstand, 700 zu dringend, Roland Kellermitt an Teuchung auf Hedrick Kaminski. Der Roland ist der, der diese kompakte Fahrweite geht das Stöcke nach vorne, fährt ohne die Stange zu berühren. Der Roland ist der, der diese kompakte Fahrweite geht das Stöcke nach vorne, fährt ohne die Stöcke nach vorne.